Am Donnerstag war Bernhard von der Band Monofuse im Vollchat und stand eine Stunde lang für die Fans Reden und Antwort. Auch wir wollten wissen, wer Monofuse ist. Monofuse bedeutet, also der Name bedeutet, das ist Monostadt für jeden Einzelnen in der Band. Und Fuse ist die Fusionierung, die Zusammenmischung. Das ist für uns ganz wichtig, dass jeder aus einer ganz anderen musikalischen Ecke kommt. Und wir aber gemeinschaftlich in einer Band führen, ein gemeinsames Anstand. Und gegründet ist die Band, war er in der ersten Formation 2001 circa, damals noch unter dem Namen Trinity. Und hat sich dann vor circa zwei Jahren, haben wir den Namen in Monofuse umgewandelt und seitdem sind wir in der Konstellation unterwegs. Als Mitglieder sind Patricia Helbock, Sängerin, Bernd Hettberger, Gitarist, Bernhard Bedei, Bass und Didi, unser Keyboarder und Erik Lechner und der Drums. So manche Band hat Angst vor ihrem ersten Auftritt. Wir wollten vom Monofuse wissen, wie es ihnen beim ersten Auftrittsohr ging. Der erste Bühnenauftritt war in einem ganz kleinen Klub in Lustenau, im Faktor. Und es war extrem anstrengend. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ultimativ viel geprobt und da waren wahnsinnig nervös. Aber es war ein super Ort und ich erinnere mich noch ganz gerne an den Dratsruck. Auf was können sich die Fans in nächster Zukunft freuen? Die nächsten Schritte sind, wir präsentieren jetzt die CD als nächstes in Wien am 4. Oktober. Und ab November gibt es ein Österreich-Tournee, wo wir nach dem 4. Oktober veröffentlichen werden, wo die Termine sind. Da geht es eigentlich durch ganz Österreich durch. Und ja, also wir haben noch viel Material übrig. Wir haben ja für die CD über 40 Songs aufgenommen. Da wird es wahrscheinlich noch so ein paar Raritäten gehen, wo man entweder zum Download auf spezielle CDs haben kann. Und ja, das gestrige Konzert war ja der Hammer. Das war wirklich super im Spielboden. Und ja, wir haben das alles einmal auf DVD-Qualität mitgeschnitten und wir schauen einmal, was dabei rauskommt. Auf dem Videoportal von Vorarlberg Online ist die aktuelle Single zu sehen. Und wir wollten wissen, wo man die neue CD erwerben kann. Ich bin überall erhältlich, zööre ich auf Amazon an und iTunes zum Download an. Die aktuelle Infos gibt es eigentlich immer auf www.monofuse.com. Das ist unsere offizielle Webseite. Da gibt es Videos, aktuelle Blog-Einträge und so weiter und Songs kann man auch anhören. Ja, am besten jetzt mal vorbeischauen. Das ist unsere offizielle Webseite.